Wir sind der SC, SC-Ponster! So, Hallihallo ihr Lieben! Mein Name ist Rika, ich bin Yoga-Lehrerin und ich freue mich, dass du heute hier bist, um mit mir gemeinsam Yoga zu praktizieren. Yoga ist etwas ganz, ganz Wundervolles, etwas ganz Wunderbares, denn Yoga gibt uns die Möglichkeit, um einfach mal innezuhalten, um zur Ruhe zu kommen, um in den gegenwärtigen Moment, in das Hier und Jetzt zurückzukommen und vor allem auch dir selber etwas Gutes zu tun, um zur Ruhe zu kommen und einfach mal dir selber die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Das Wichtigste beim Yoga ist die Atmung. Es ist wichtig, dass du wirklich jederzeit frei atmen kannst und wir atmen beim Yoga hauptsächlich durch die Nase ein und aus. Solltest du zwischendurch mal das Bedürfnis haben, auch mal durch den Mund zu atmen, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung, allerdings oft dann schon ein Zeichen dafür, dass die jeweilige Haltung oder die Übung insgesamt vielleicht gerade etwas zu intensiv zu fordern für dich ist. Also dann gibt dir auch dann die Erlaubnis, dich einfach mal rauszunehmen, dir eine Pause zu gönnen, kurz in die Haltung des Kindes zu kommen, wieder Kraft und Energie zu tanken und dann wieder mit Fokus zurückzukommen. Und ja, du solltest also wirklich jederzeit frei atmen können und achte am besten immer darauf, dass die Atmung deine Bewegung einleitet. Oftmals leihen wir dazu, dass wir die Atmung unseren Bewegungen anpassen. Schau mal, dass du das heute mal genau andersrum machst, dass du wirklich zunächst atmest und dann die Bewegung ganz einfach von innen heraus fließen lässt. Ja, ich habe für heute eine Sequenz geplant, die dir weite Öffnungen, Freiheit im Oberkörper schenken soll. Die Stunde soll dir außerdem die Möglichkeit geben, dich mit dir selber zu verbinden, deine Atmung kennenzulernen und ja, einfach auch mit Freude und Spaß dabei zu haben und am Ende der Stunde die Matte hoffentlich mit einem entspannten Geist und Ruhe von innen heraus zu verlassen. Du brauchst nichts weiter außer einer rutschfesten Unterlage, bestenfalls eine Jungamatte wie diese hier. Eine einfache Fitnessmatte tut es auch, ansonsten ja, bequeme Kleidung, vielleicht sogar hier und da mit einem kleinen Yoga-Block, so ein Exemplar wie dieses hier, ist aber kein Muss. Schau einfach, ob du es brauchst. Und ansonsten gerne auch vielleicht eine Decke für die Schlussentspannung zum Ende der Stunde. Ansonsten würde ich sagen, lass uns einfach beginnen. Komm auf die Matte, begegne dir selber liebevoll und hab vor allem auch ganz viel Spaß und Freude. Das ist doch das Allerwichtigste. Okay, dann lasst uns beginnen. Wir starten heute in einer aufrechten Sitzposition. Gerne die einfache Sitzhaltung oder auch der Fersensitz oder der Schneidersitz. Schau, was sich für dich jetzt in diesem Moment ganz bequem anfühlt. Verwurzel dich über deine beiden Sitzbeinhöcker fest in die Matte unter dir. Kipp dein Becken vielleicht ganz, ganz leicht mal nach vorne und richte aus diesem Fundament heraus die Würbelsäule einmal lang nach oben hoch, Richtung Decke. Gerne schließe einmal direkt deine Augen. Lass die Schultern einmal nach oben hoch zu den Ohren kreisen und dann ganz locker nach hinten, unten und außen ausgleiten. Mach das gerne noch ein, zwei Mal ganz für dich. Immer wieder mit der Einatmung die Schultern nach oben hoch zu den Ohren kreisen lassen und dann mit der Ausatmung wieder ganz langsam nach hinten, unten und außen ausgleiten lassen. Finde eine angenehme Position für deine Hände, entweder auf den Knien oder Oberschenkeln oder auch an dem Schoß und entscheide mal dann spontan, ganz intuitiv, ob die Handflächen eher nach oben zeigen sollen oder nach unten. Dein Kopf, der sitzt ganz locker auf der Würbelsäule auf und dann lass dir zunächst einmal deine Atmung ganz natürlich fließen. Beobachte einmal, wie jeder Atemzug von ganz alleine kommen und gehen kann. Erlaub dir dabei einmal, die Außenwelt um dich herum hinter dir zu lassen und dich jetzt wirklich auf dich zu konzentrieren. Entspann dich von Kopf bis Fuß, entspann deine Scheitelkrone, deine Stirn, den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Entspann deine Wangen, deine Nasenspitze, ganz besonders entspann auch deinen Kiefer, löse hier gerne einmal die Zahnreihen voneinander, die Zunge vom Gaumen. Lass die Schulter mit der nächsten Ausatmung schwer nach unten Richtung Boden sinken. Verliere trotzdem nicht die Aufrichtung in deinem gesamten Oberkörper. Bleibe hier weit und offen. Auch dein Herz, lass dein Herz mal ganz weich, ganz weich strahlen. Entspann jeden einzelnen Finger. Auch deine Bauchdecke, lass die mal ganz, ganz locker, ganz weich werden. Gerade hier sammeln sich manchmal schon morgens, manchmal auch über den Tag verteilt, viele Anspannungen an. Also erlaub dir hier wirklich mal alles loszulassen. Alle Sorgen, alle Ängste, alle Zweifel, die du gerade vielleicht in dir trägst. Gib das alles vielleicht mal ganz bewusst mit deiner nächsten Ausatmung an den Boden ab. Hier gerne auch mal mit geöffnetem Mund, lass mal alles raus, alles mal tief ausatmen. Und dann beginn allmählich deine Atemzüge mehr und mehr Tiefe zu schenken. Deinen Atemzügen mehr Raum zu geben. Ganz besonders versuch hier einmal die Ausatmung etwas länger zu gestalten als die Einatmung. Um so deinem Körper nochmal ganz bewusst die Erlaubnis zu geben, hier alles loszulassen. Sich ganz, ganz frei zu machen. Und dann lass uns ganz langsam etwas aktiver werden. Lass weiterhin die Atmung dabei ganz ruhig, ganz natürlich fließen. Aber beginn jetzt einmal den Kopf ganz langsam nach unten Richtung Brustbein sinken zu lassen. Gerne mit der Ausatmung. Und mit der Einatmung heb den Kopf ganz langsam wieder an und lass ihn, wenn der Nacken in Ordnung ist, ganz langsam nach hinten in den Nacken sinken. Mit der Ausatmung lässt du den Kopf wieder ganz langsam nach unten sinken. Bleib hierbei trotzdem aufrecht in deinem Oberkörper. Und mit der Einatmung ganz langsam wieder aufrichten, Wirbel für Wirbel und den Kopf nach hinten in den Nacken sinken lassen. Gerne finde auch hier bereits dein eigenes Tempo und pass immer wieder die Bewegung deiner Atmung an. Mach das Ganze noch ein bis zwei Mal für dich. Und dann lass den Kopf das letzte Mal nach unten sinken, sodass sich das Kinn und dein Brustbein leicht annähert, sodass du ein kleines feines Doppelkimm machst. Und von hier aus beginn einmal ganz langsam den Kopf ganz, ganz vorsichtig zu den Seiten zu pendeln, für das Nacken kreisen. Immer wieder ganz langsam den Kopf mal nach links und mal nach rechts. Ich spüre hier gerne auch mal ganz bewusst herein, ob du hier keinen Unterschied zwischen den Seiten vielleicht wahrnehmen kannst. Lass dabei den Kiefer ganz entspannt. Immer wieder löst die Zahnreihen bewusst voneinander. Und dann pendel dich ganz langsam wieder in der Mitte ein. Gerne fühle noch ein, zwei Mal diese kleine nickende Bewegung aus mit dem Kopf, damit sich die Halswirbelsäule wieder neutralisieren kann. Und dann lass auch gerne die Augen weiterhin geschlossen, wenn es für dich angenehm ist. Und beginn von hier aus einmal ganz langsam den Oberkörper um die eigene Achse kreisen zu lassen. Es ist das sogenannte Sophie Kreisen, eine wunderbare Übung, um die gesamte Wirbelsäule zu mobilisieren. Kannst du auch wunderbar morgens im Bett als erstes machen, dich einfach mal aufrichten, Länge in der Wirbelsäule schaffen und dann ganz langsam die Bewegung von unten nach oben aufsteigen lassen. Alles darf hier mal ganz locker bleiben. Die Schultern, der Oberkörper, der Kopf darf ganz locker mit schwingen. Und du kannst ja auch mal rumspielen mit den Bewegungsrichtungen. Mal nach links, mal nach rechts, mal mehr nach vorne, mehr nach hinten. Auch mit dem Gleichgewicht spielt man von einem Sitzbein und auf den anderen Wanken. Und es kommt auch wirklich nicht dabei an, wie es von außen aussieht, sondern vielmehr, dass es sich für dich gut anfühlt. Also erlaub dir, dich hier wirklich richtig der Bewegung hinzugeben, alles locker zu lassen und einfach nur die Bewegung ganz frei von innen heraus entstehen zu lassen. Und dann pendel dich auch hier ganz langsam wieder in deiner Mitte ein. Ganz langsam mit kleinen Bewegungen führen dich wieder zurück, zurück zu deiner eigenen Mitte. Und von hier aus richte dich noch mal ganz bewusst mit der nächsten Einatmung lang nach oben raus. Löst die Hände von deinen Knien oder Oberschenkeln und bring sie einmal raumgreifend über die Seiten lang gestrickt nach oben. Und mit der Ausatmung führ die Hände zurück vor dein Herz. Noch zwei, drei Mal so in die Arme raumgreifend über die Seiten lang nach oben. Ausatmung, Hände kommen zurück vor dein Herz, die Schultern sind entspannt. Einatmung, richte dich auf, lang nach oben, eine neue Energie auf. Ausatmung, Hände zurück vor dein Herz. Atme tief ein, die Arme gehen wie durch Wasser, ganz raumgreifend lang nach oben. Und mit der Ausatmung wieder zurück, Hände vor dein Herz. Noch einmal so, atme tief ein, ordne über oben, greife einmal mit den Fingern ineinander, schieb die Handflächen zur Decke nach oben. Und werde mit deiner nächsten Ausatmung einmal ganz rund in deinen Rücken, pointe nur die Zeigefinger nach vorne, zieh die Schulterblätter weit weg von der Wirbelsäule. Und mit der nächsten Einatmung führ die Handflächen wieder am Bogen langgestreckt nach vorne und oben. Ausatmung, komm wieder in den Katzenbuckel. Arme streben nach vorne, Bauchnabel saugt ein, Kinn Richtung Brustbein. Einatmung, streck dich wieder lang nach oben. Ausatmung, mach dich ganz leer. Und wieder tief einatmen, streck dich lang nach oben. Letztes Mal so, ausatmung, komm in den Katzenbuckel. Mit der Einatmung streck dich nochmal lang nach oben, richte dich auf. Ausatmung, löse die Hände auf und fühle dich einmal links und rechts neben dir auf den Boden. Mit der nächsten Einatmung streck den rechten Arm einmal lang nach oben aus. Und mit der Ausatmung lehne dich einmal rüber zur linken Seite. Gerne lass den Blick nach oben hoch Richtung Decke folgen. Einatmung, komm wieder zur Mitte zurück. Ausatmung, führ die lechte Hand zurück auf den Boden. Einatmung, der linke Arm streck dich lang nach oben. Ausatmung, lehne dich einmal rüber zu deiner rechten Seite. Einatmung, komm wieder zur Mitte zurück. Ausatmung, führ die linke Hand zurecht auf den Boden. Einatmung, steck den rechten Arm lang nach oben. Ausatmung, aus der Länge heraus lehne dich rüber zur linken Seite. Einatmung, komm wieder zur Mitte zurück. Ausatmung, rechten Arm absetzen. Einatmung, steck dich lang nach oben. Ausatmung, rüber lehne zu deiner rechten Seite. Einatmung, komm wieder zur Mitte zurück. Ausatmung, linke Hand geht zurück. Jede Seite noch einmal. Atme tief ein, steck dich lang nach oben. Ausatmung, lehne dich genussvoll rüber zur linken Seite. Einatmung, komm wieder zur Mitte zurück. Ausatmung, absetzen. Einatmung, steck dich lang nach oben. Ausatmung, die Hände kommen zurück zur rechten Seite. Einatmung, komm zurück zur Mitte. Ausatmung, linke Hand kommt wieder zurück auf den Boden. Atme wieder tief ein, steck die Arme lang nach oben. Ausatmung, die Hände kommen wieder zurück vor dein Herz. Sehr schön. Von hier was geht's weiter. Stell die Hände einmal auf die Matte auf. Die Knie ebenfalls. Wir finden uns erstmal einen Vierfüßlerstand. Dafür schauen wir, dass die Hände wirklich schön weit aufgespreist, aufgesetzt sind. Ich sag mal, mach mal so eine kleine Gekko-Hand. Schau, dass die Fingerpuppen aktiv und die Matte schieben. Die Handflächen haben Kontakt zur Matte unter dir. Die Schultergelenke sind über den Handgelenken aufgestellt. Die Knie ungefähr hüftweit unter den Hüften aufgestellt. Die Fußrücken kannst du hier ganz locker auf der Matte auflegen lassen. Und der Kopf, der hängt erstmal ganz locker nach unten durch. Und dann beginnt von hier aus einmal ganz lockerer, ganz entspannt, die Schultern über den Handgelenken kreisen zu lassen. Der Kopf darf hier locker hängen. Und du darfst gerne auch hier ganz einfach die Augen schließen. Die Bewegung von innen heraus kommen und gehen lassen. Immer wieder erinnere dich selber daran, die Atmung frei fließen zu lassen. Und auch hier kreise gerne einmal von links nach rechts. Mal von rechts nach links. Verteile mal das Gewicht unterschiedlich. Mal mehr auf den Handflächen, mehr auf den Ballen. Auch mal mehr auf die Fingerpuppen. Gericht kannst du hier, wenn du möchtest, noch einmal auf die Fingerpuppen kommen. Und mal hier mit deinem eigenen Körper mit nichts spielen und variieren. Mal schauen, was fühlt sich für dich jetzt gerade in diesem Moment gut an. Was braucht dein Körper? Das kann bei uns einigermaßen wieder etwas ganz unterschiedliches sein. Die sind alle ganz verschieden. Da braucht jeder etwas anderes. Und dann pendel dich auch hier, wenn es langsam wieder in der Mitte ein. Schau, dass die Schultergelenke wieder über den Handgelenken ausgerichtet sind. Und dann machen wir von hier aus einmal weiter mit der Übung Katze Kuh. Dafür atme einmal tief ein und die Schulter nach hinten und zurück. Lass den Bauch ganz weich werden. Bekomme ein leicht gefülltes Hohlkreuz. Blick geht sanft nach vorne. Und mit der Ausatmung schiebe einmal den Boden richtig unter dir weg. Saug den Bauchnabel ein. Blick geht nach hinten durch die Beine. Und einatmen. Komm über die lange Katze wieder in die Kuh. Ausatmen. Wieder zurück in den Katzenmuck. Den Boden unter dir wegschieben. Kinn Richtung Brustbein. Einatmen. Komm über die lange Katze wieder in die Kuh. Und mit der Ausatmung ganz genussvoll wieder in die runde Katze. Und gerne finde auch hier dein ganz eigenes Tempo. Immer wieder kommst du einatmend einmal in die Kuh. Und mit der Ausatmung wieder in den Katzenbuckel. Und auch hier spür mal in dich hinein, wie es dir, und besonders deinem Rücken heute so geht. Welcher Bereich deines Körpers hier heute ganz besonders Aufmerksamkeit verlangt. Und mach das Ganze noch ein-, zweimal für dich. Und dann pendel dich auch hier ganz langsam wieder in der Mitte ein. In der Ausgangsposition im Vierfüßlerstand oder auch in der langen Katze genannt. Und dann streck von hier aus einmal zunächst dein rechtes Bein lang nach hinten raus. Und ungefähr parallel zum Boden schieb die rechte Ferse richtig aktiv nach hinten. Zieh die Zehen dann des rechten Fußes zu dir heran. Zentriere nochmal deine Schultergelenke über den Handgelenken. Aktiviere die Bauchmitte. Schau, dass du jetzt kein Wohlkreuz bildest, sondern dass du ganz aktiv bist, einen schönen lang geraden Rücken bildest. Der Kopf, der zeigt nach unten. Der Blick geht Richtung Matte. Und mit der nächsten Ausatmung, wenn auch hier immer rund im Rücken zieh das Knie einmal nach vorne Richtung Nase. Blick geht durch die Beine nach hinten durch. Einatmung, streck dich wieder lang nach hinten und vorne. Ausatmung, wenn wieder rund, zieh das Knie nach vorne Richtung Nase. Katzenmuckel auch hier. Einatmung, schieb dich lang nach vorne und hinten. Schalt den Kronen, schieb nach vorne, Ferse nach hinten. Ausatmung, Knie zieht nach vorne. Einatmung, streck dich lang. Noch zweimal so. Ausatmung, Knie und Nase wollen zueinander finden. Und Einatmung, finde wieder Länge. Ausatmung, Katzenmuckel hier. Und Einatmung, streck dich wieder lang. Aktiviere hier noch einmal deine Mitte, schieb nochmal ganz bewusst die rechte Fersen lang nach hinten raus. Und dann löse einmal den diagonalen linken Arm, streck den linken Arm lang nach vorne. Der Daumen zeigt nach oben hoch und die Decke. Die Handfläche zu deiner rechten Seite. Und auch hier mit deiner nächsten Ausatmung, führe immer das Knie und den Ellbogen unter den Bauch zusammen. Bleib aktiv in deiner Mitte. Einatmung, streck dich wieder lang nach vorne und hinten. Ausatmung, werd ganz rund im Rücken. Einatmung, streck dich wieder lang. Noch zweimal so. Ausatmung, rund im Rücken in den Katzenbuckel. Einatmung, streck dich wieder lang. Ausatmung, Katzenbuckel. Und Einatmung, noch einmal Länge finden. Streck dich nach vorne und hinten. Und mit der Ausatmung für die linke Hand wieder auf die Matte zurück. Und setz den rechten Fuß einmal rechts neben dir auf den Boden ab. Ungefähr auf einer Linie mit deinem linken Knie. Schieb dir ganz bewusst einmal die rechte Fußaußenkante in den Boden. Und dann hebe mit deiner nächsten Einatmung einmal den rechten Arm lang nach oben. Schau, dass du dich mit deiner linken Hand weiterhin fest im Boden verwurzelst. Dass die Hand weit aufgespreist ist. Und der rechte Arm, der strebt jetzt ganz, ganz lang nach oben hoch Richtung Decke. Und wenn der Nacken okay ist, dann gerne lass auch den Blick hier nach oben hoch Richtung Decke folgen. Mit der nächsten Ausatmung, fädel den rechten Arm einmal durch den linken Arm hindurch. Und mit der Einatmung komm wieder zurück, statt den rechten Arm wieder lang nach oben. Noch dreimal so. Ausatmung, fädel den rechten Arm durch den linken Arm hindurch. Einatmung, öffne dich wieder, schenk dir Raum zum Atmen. Ausatmung, rechte Arm liegt durch den linken Arm hindurch. Einatmung, streck dich wieder lang nach oben. Letztes Mal so. Ausatmung, der rechte Arm liegt durch den linken Arm hindurch. Und einatmung, streckst du dich wieder lang nach oben, statt dass die Schultern übereinander. Ausatmung, rechte Hand geht wieder zurück auf den Boden. Und du stellst auch den rechten Fuß, das rechte Bein wieder in die Ausgangsposition zurück, während ihr Füßler stattfindet. Wir wechseln einmal direkt die Seiten, oder nicht schief nach Hause gehen. Dafür finden wir die Ausgangsposition, streichst die Hände weit auf, schieb die Armbeugen nach vorne. Und dann schieb von hier aus einmal dein linkes Bein lang nach hinten raus, auch hier parallel zum Boden, es muss gar nicht so hoch sein. Schieb die linke Ferse aktiv nach hinten, die Scheidekrone nach vorne und der Blick geht ganz entspannt nach unten Richtung Matte. Auch hier mit der nächsten Ausatmung, werd einmal ganz rund im Rücken, bring den Kinn Richtung Brustbein, Blick nach hinten durch die Beine, einatmung, streck dich wieder lang nach vorne und hinten. Ausatmung, werd wieder rund im Rücken, Knie Richtung Nase, einatmung, streck dich wieder lang. Du machst noch dreimal so, du selbst für dich, ausatmung, rund werden, einatmung, Länge kreieren, ausatmung, rund werden, einatmung, streck dich wieder lang, letztes Mal rein, ausatmung, in den Katzenbubbel und einatmung, wieder Länge finden. Hier nochmal die Körpermitte aktivieren, 10 cm ranziehen, Ferse aktiv nach hinten rausschieben, dann den diagonalen rechten Arm einmal lösen, lang nach vorne strecken, auch hier weit sein, aktiv sein, bis in die Fingerspitzen. Und mit der Ausatmung dann ganz langsam auch hier den Ellbogen und das Knie unter dem Bauch zusammenführen, rund werden im Rücken und einatmen, wieder lang nach vorne rausstrecken. Noch viermal so, ausatmen, werd rund im Rücken, einatmen, streck dich lang nach vorne und hinten, ausatmen, werd rund im Rücken, einatmen, streck dich lang, ausatmen und einatmen. Mit der nächsten Ausatmen, setz auch hier die rechte Hand wieder auf der Matte auf und für dein linkes Bein einmal links neben dir, auf dem Boden, auch hier ungefähr den Fuß auf einer Höhe, auf einer Linie mit deinem rechten Knie. Und dann schieb auch hier nochmal die rechte Hand ganz bewusst in die Matte, löst einatmen mit dem linken Arm, streck dich lang nach oben raus, hoch Richtung Decke. Und mit der Ausatmung führ auch hier den linken Arm durch den rechten Arm hindurch, lass den Blick daran folgen, einatmen, schieb dich mit der Länge wieder nach oben zurück. Ausatmen, durchfädeln, linken Arm durch den rechten, einatmen, schieb dich wieder mit der Länge nach oben zurück. Noch dreimal so, ausatmen, durchfädeln, einatmen, öffne dich, ausatmen. Und ein letztes Mal noch, das geht noch, einmal nochmal durchfädeln und einatmen, wieder den Raum öffnen, schieb dein Herz nach oben, hoch Richtung Decke. Und mit der Ausatmung geht die linke Hand wieder zurück auf die Matte und das linke Bein zurück in die Ausgangsposition, den vier Füße erstatten. Von hier aus schieb dich einfach mit Länge nach hinten zurück in die Haltung des Kindes. Dabei steckst du die Arme lang nach vorne, die Stirn geht auf den Boden. Und wenn es für dich vielleicht jetzt hier auch angenehm sein sollte, die Hände, die Arme nach hinten auszustrecken, um die Handgelenke mal kurz zu lösen, dann ist auch das völlig in Ordnung. Schau, was sich für dich bequem anfühlt. Lass die Atmung wieder ganz frei fließen. Wie geht es dir jetzt gerade? Und dann streck mit der nächsten Einatmung die Arme einmal lang nach vorne wieder aus. Atme hier noch einmal tief ein, bis in den unteren Rücken und dann roll mit der nächsten Ausatmung einmal wieder nach oben auf, direkt in den Katzenbuckel. Und komm mit der nächsten Einatmung noch einmal über die lange Katze in die Kuh zurück. Noch einmal so Ausatmung in den Katzenbuckel. Einatmung noch einmal in die Kuh. Mit der nächsten Ausatmung schieb dich mit Länge nach hinten zurück in die Haltung des Kindes. Atme hier noch einmal ganz tief ein. Und mit der nächsten Ausatmung roll direkt wieder nach oben auf in die Katzenbuckel. Wir bleiben am Fluss. Einatmen, kommt immer die lange Katze in die Kuh. Ausatmung schieb dich direkt wieder nach hinten zurück in die Haltung des Kindes. Atme tief ein hier. Und mit der Ausatmung roll direkt wieder nach oben auf in die Katzenbuckel. Einatmen, komm über die lange Katze in die Kuh. Und mit der Ausatmung schieb dich mit Länge nach hinten zurück. Und dann finde auch hier dein eigenes Tempo immer wieder. Verbinde dich mit dir selber, mit deiner eigenen Atmung. Erlaub dir das Tempo des Alltags mal herauszunehmen. Dein ganz eigenes Tempo zu finden. Du bist hier auf deiner eigenen Matte. In deinem eigenen Raum. Hier hetzt dich niemand. Und dann mach das letzte noch, das Ganze noch ein letztes Mal so für dich. Und dann treffen wir uns allredig wieder zurück in der Ausgangsposition, im Vierfüßlerstand, in der langen Katze. Von hier aus stell einmal dein rechtes Bein lang nach hinten raus. Stell dein linkes Bein einmal direkt dazu, sodass du dich hier in der Plankposition, in der sogenannten schiefen Ebene befindest. Ganz, ganz wichtig auch hier, schau, dass die Armbäume nach vorne zeigen. Dass die Handgelenke über den Schultergelenken aufgestellt sind. Und achte darauf, dass das Becken tendenziell lieber ein Stückchen weiter oben ist, als zu weit unten. Wir wollen immer aktiv bleiben in der Körpermitte und immer noch atmen können und vor allem auch hercheln. Ganz, ganz wichtig. Okay, von hier aus beug aber ganz langsam die Knie, schieb dein Gesäß nach hinten zurück, Richtung Fersen. Schau, dass du erstmal ganz viel Länge mit deinem Rücken kreierst. Die Arme sind fest im Boden, verwurzelt. Die Füße, Hände, Schultern tragen hier gleichmäßig dein Wicht. Und wir wollen von hier aus in den ersten herabscheinen Mund gehen, dafür streck allmählich. So gut es geht hier einmal die Beine und schieb die Fersen nach hinten, unten, Richtung Boden. Das ist hier gar nicht so wichtig, dass die Beine gestreckt sind. Viel, viel wichtiger ist es, dass du Länge in deinen gesamten Rücken legst, dass du hier die Länge fokussierst. Versuch einmal, dass die Ohren auf einer Höhe mit deinem Oberarm ausgerichtet sind. Und hier dürfen sich wirklich auch die Oberschenkel der Bauch annähern. Spiel einfach mal herum, schau mal, wie sich die Position für dich gut anfühlen kann. Und dann bring auch hier einmal ganz langsam Bewegung rein. Das ist die Haltung des herabschauenden Hundes. Wärme dich hier nochmal ein Stückchen auf, schieb mal die Fersen im Wechsel, Richtung Boden. Schau mal nach links, schau mal nach rechts durch die Arme hindurch. Lauf einmal auf der Stelle. Wenn du möchtest, streck vielleicht auch mal ein Bein, lange hinten raus mit dem Dreibein, den Hund. Öffne dich mal in den Hüften. Auch gerne hier einfach mal die Augen schließen. Die Bewegung ganz intuitiv von innen heraus folgen lassen. Schau mal, was sich für dich jetzt gerade hier gut anfühlt. Vielleicht auch mal die Füße nach außen wandern oder mal nach innen. Mal überkreuze, mal die Beine beugen. Einfach mal ausprobieren, was sich hier für dich ganz gut anfühlt. Ja, das ist eine schöne Aufwandübung. Die Möglichkeit, um den einen Körper wieder kennenzulernen. Ich liebe diese Übung. Okay, dann pendel dich auch hier ganz langsam wieder in der Mitte ein. Schau, dass beide Hände weiter und weiter aufgefeiert sind. Die Füße ungefähr hüftweit. Schieb noch mal das Gesäß nach hinten und oben raus. Und dann roll mit der nächsten Eilatmung einmal nach vorne durch in die schiefe Ebene zurück in die Plänkposition, die Liegestützposition. Und leg einmal den Oberkörper über die Knie auf deiner Matte ab. Mit der nächsten Eilatmung schieb einmal die Fußrücken in die Matte, dein Schal mal ebenfalls. Oh, die Schultern nach hinten, unten und draußen zurück. Heb den Oberkörper leicht an für die kleine Kobra. Oh, mit der Ausatmung schieb dich direkt wieder nach hinten zurück in die Haltung des herabschauenden Mundes. Das machen wir noch zweimal so. Mit der Einatmung rollt nach vorne durch wie in die Welle, in die schiefe Ebene. Ausatmung leg über die Knie, den Oberkörper auf deiner Matte ab. Einatmung, komm wieder in die kleine Kobra, nimm die Schultern nach hinten zurück, blickrechte Matte, der Nacken bleibt weich. Ausatmung, schieb dich wieder nach hinten zurück in den herabschauenden Mund. Noch einmal so, einatmung rollt nach vorne durch in die schiefe Ebene. Ausatmung über die Knie oder ganz im Liegestütz, denn du kannst, leg den Oberkörper auf deiner Matte ab. Einatmung, komm in die kleine Kobra und ausatmung, schieb dich mit Länge nach hinten zurück, stück die Zehen um, streck die Beine so gut es geht in deine herabschauenden Mund. Von hier aus laufend mit ganz, ganz kleinen Schritten, entweder gerade oder auch über Kreuz, einmal nach vorne. Du bist eigentlich Anfang der Matte. Stell die Füße hier ungefähr hüftweit auf. Und dann lass den Oberkörper einmal ganz schwer nach unten hängen, baumeln. Greife gerne auch mal, wenn du möchtest, die gegenüberliegenden Ellbogen, Kanten. Lass den Kopf ganz schwer baumeln und hängen. Alles mal loslassen hier. Genieß die Länge, die vielleicht jetzt in deinem unteren Rücken entsteht. Und dann löse ganz langsam wieder die Hände voneinander. Lass die Arme, die Hände, wenn möglich, vielleicht sogar auf den Boden aufstellen. Ansonsten gerne auf die Unterschenkel. Komm von hier aus einmal in die halbe Vorbeuge. Der Rücken ist lang, der geht nach unten, Richtung Matte ausgerichtet. Der Kiefer ganz weich, der Nacken ganz weich. Oh, mit der Ausatmung kommt einmal in die ganze Vorbeuge. Lass den Oberkörper hängen, ganz rund werden. Versuch die Beine so gut es geht zu strecken. Oh, mit der nächsten Einatmung kommt wieder in die halbe Vorbeuge. Arme streben hier immer wieder entweder nach unten, Richtung Matte. Oder du stellst sie an den Unterschenkel auf. Ausatmung. Streck die Beine wieder so gut es geht. Lass den Oberkörper rund werden, den Kopf ganz weich hängen. Einatmung kommt nochmal in die halbe Vorbeuge. Bauchnabel saugt ein. Nimm die Schulter nach hinten zurück. Ausatmung auflösen. In die ganze Vorbeuge. Oh, mit der Eingratung die Beine leicht beugen. Die Arme über die Seiten nach oben führen. Und einmal ganz langsam vorsichtig aufrollen nach oben. Den Kreislauf einsammeln. Und die Hände von dem Herzen zusammenführen. Sehr schön. Wir machen weiter mit halben Sonnengrüßen und ganz klassischen Sonnengrüßen. Dafür atme einmal tief ein und die Arme einmal lang über die Seiten nach oben. Und mit der Ausatmung tauch nach unten ab in deine ganze Vorbeuge. Der Rücken wird rund. Die Beine so gut es geht strecken. Einatmen kommen an die halbe Vorbeuge. Der Rücken wird lang. Arme streben nach unten. Ausatmen. Wieder ganz rund werden im Rücken in deiner ganzen Vorbeuge. Einatmen. Gerne mit leicht gebeugten Beinen langsam ein wenig wieder aufrichten. Arme lang nach oben führen. Ausatmen. Kommt zurück. Vollherz. Noch einmal so. Atmen. Tief ein, steck die Arme lang nach oben. Ausatmen. Tauch nach unten ab in deine ganze Vorbeuge. Einatmen. Kommt in die halbe Vorbeuge. Ausatmen. In die ganze Vorbeuge. Einatmen. Lande mit einem aufrichten. Länge kreieren. Ausatmen. Hände zurück vor dein Herz. Weiter geht's mit dem klassischen Sonnenbrust. Atme tief ein, steck dich lang nach oben. Ausatmen. Tauch nach unten ab in die ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Der Rücken wird lang. Ausatmen. Setz die Hände auf die Matte auf. Und steck mit dem rechten Fuß einmal nach hinten. Erle den rechtes Knie, den rechten Fuß rücken. Bring die Arme laugengreifend über die Seiten nach oben. Streck dich lang. Ausatmen. Hände wieder zurück auf die Matte. Stürb den rechten hinteren Fuß und Zeh einmal um. Stell das Wälderbein dazu in die schiefe Ebene. Und Ausatmen. Leg über die Knie, den Oberkörper auf deiner Matte ab. Einatmen. Komm wieder in die kleine Cobra. Schieb die Fußrücken in die Matte. Ausatmen. Schieb dich mit Längen nach hinten zurück. In den Herabschauern. Einatmen. Dann rechts Bein kommt nach vorne zurück. An den Anfang an der Matte. Erde hier. Linkes Knie. Linken Fußrücken. Bring die Arme raugreifend über die Seiten lang nach oben. Und mit der Ausatmen wieder zurück die Hände auf die Matte. Einatmen. Einatmen. Streck dich mit dem linken Bein nach vorne zurück an den Anfang an der Matte. In die halbe Vorbeuge. Und Ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen. Langsinn wieder aufrichten. Länge kreieren. Ausatmen. Hände kommen zurück vor dein Herz. Weiter geht's. Atmen tief ein. Streck dich lang nach oben. Ausatmen. Abtauchen nach unten in die ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Der Rücken wird lang. Ausatmen. Hände auf die Matte. Streck dich mit links nach hinten. Einen Schritt zurück. Ertmen. Hier linkes Knie. Linken Fußrücken. Und hebt den Oberkörper aus der Kraft der Mitte. Einmal nach oben auf. Ausatmen. Komplett zurück mit den Händen auf deine Matte. Stürb den linken hinteren Fuß um. Stell das rechte Bein dazu. Schiefe Ebene. Ausatmen. Gelegt den Oberkörper über die Knie langsam. Achten auf deine Matte ab. Einatmen. Komm in die kleine Cobra. Denk hier immer wieder mehr an die Länge als in die Höhe. Ausatmen. Schieb dich mit Länge auch hier im Rücken nach hinten zurück. Streck die Beine so gut es geht. Einatmen. Komm mit dem linken Fuß nach vorne zurück. Einen Anfang an der Matte. Erdrechtes Knie. Rechten Fußrücken. Geht den Oberkörper langsam wieder an. Streck die Arme entspannt nach oben. Denk dann auch den Blick nach oben Richtung Folgen. Ausatmen. Fühl die Hände wieder zurück auf die Matte. Mit der nächsten Einatmen. Kommst mit dem rechten Fuß wieder nach vorne an den Anfang der Matte zurück. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. In die ganze Vorbeuge. Einatmen. Gelang wieder aufrichten. Lenk hier. Ausatmen. Hände kommen zurück vor dein Herz. Noch eine Runde so. Atme tief ein. Lass es einfach fließen und geschehen. Ausatmen. Nach unten abtauchen. In die ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Tritt mit rechts nach hinten zurück. Erde Knie. Und Fußrücken. Atme tief ein. Lass tief in deine Körpermitte. Ausatmen. Arme wieder zurück. Rechte Matte. Rechten Fuß umstülpen. Linksbein kommt dazu. Schiefe Ebene. Ausatmen. Oberkörper ablegen. Auf deine Matte. Einatmen. Komm in die kleine Kobra. Weg dich lang. Ausatmen. Schieb dich mit den Längen nach hinten zurück. In den Herabschaden. Atme tief ein. Komm mit dem rechten Fuß nach vorne. Den Anfang der Matte zurück. Erde Knie. Und Fußrücken. Hebe die Oberkörper an. Mit den nächsten Einen. Unstrecklich lang nach oben. Ausatmen. Hände kommen wieder zurück auf die Matte. Leg den Fuß umstülpen. Und mit der Einatmen nach vorne zurücktreten. An den Anfang der Matte. Halbe Vorbeuge. Bauten haben sagt ein. Ausatmen. Wieder abtauchen. In die ganze Vorbeuge. Einatmen. Auch hier langsam wieder aufrichten. Und Ausatmen. Hände kommen zurück vor dein Herz. Tief einatmen. Lang nach oben aufstrecken. Ausatmen. Nach unten. In die ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. In der Nacken bleibt lang. Ausatmen. Tritt nach hinten zurück. In den linken Fuß. Erde Knie und Fußrücken. Richte dich auch hier langsam wieder auf. Ausatmen. Hände kommen wieder zurück auf die Matte. Bestütze. Leg den linken Fuß um. Rechtsstand kommt dazu. Schiefe Ebene. Ausatmen. Über die Knie. Oberkörper auf der Matte ablegen. Einatmen. Kommen die kleine Cobra von die Schultern nach hinten zurück. Ausatmen. Schiebe dich mit Länge in deinen herabschauenden Mund. Einatmen. Einatmen. Der linke Fuß kommt nach vorne zurück an den Anfang deiner Matte. Rechtes Knie. Fußrücken wieder Erde. Oberkörper langsam aufrichten. Arme streben nach oben. Richtung Decke. Ausatmen. Die Hände kommen wieder zurück. Auf deine Matte. Einatmen. Nach vorne zurücktreten. An den Anfang deiner Matte. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Vollständig in die ganzen Vorbeuge. Einatmen langsam wieder aufrichten. Länge kreieren. Und ausatmen. Hände kommen zurück vor der Herd. Sehr schön. Wir fließen direkt weiter. Dafür bleib genau dort stehen, wo du jetzt gerade bist. Richte dich ganz langsam wieder auf. Streck die Arme nochmal lang nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung auch hier wieder langsam nach unten abtauen. In die ganze Vorbeuge. Einatmen. Komme in die halbe Vorbeuge. Der Rücken wird lang. Ausatmen. Tritt mit rechts nach hinten zurück. Läge das Fuß voll. Und schiebe sie von hier aus nochmal direkt in deine Herabschau. Und auch hier richte dich nochmal gut ein. Schau, dass beide Hände gleichmäßig auf den Boden aufgesetzt sind. Der Rücken ist unglaublich lang. Der Gesäß schiebt nach hinten und oben über die Fersen. Und die Beine, wie gesagt, immer wieder gerne wieder mal ein Stückchen weiter beugen. Gerade wenn es vielleicht auch noch früher am Morgen ist. Und die Beine rückseitig noch nicht ganz so flexibel sind. Dann erlaubt ihr hier, die Beine zu beugen. Und die Beine, den Rücken trotzdem ganz, ganz lang zu strecken. Mit der nächsten Einatmung streckt dein rechtes Bein einmal lang nach oben raus in den dreibeinigen Hund. Und mit der Ausatmung rollt er einmal nach vorne durch. Und die dreibeinige schiefe Ebene. Das Knie wird Richtung Nase. Und die Schultergelenke sind über den Handgelenken aufgestellt. Einatmung streckt dich wieder lang. Rechtses Bein in den dreibeinigen Hund. Ausatmung nochmal so. Knie Richtung Nase. Runde Rücken. Einatmung streckt dich wieder lang. Ausatmung, Achtung, rechts. Ellbogengelände Richtung Knie. Einatmung streckt dich wieder lang. Dreibein in den Hund. Ausatmung, Knie zum linken Elbogen oder Umbau. Einatmung, letztes Mal so streckt dich lang. Dreibein in den Hund. Ausatmung, setz den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände auf. Ähre dein linkes Knie für den linken Fußrücken. Und schau, dass jetzt vor allem der rechte Fußgeraden nach vorne ausgerichtet ist. Und dass das Kniegelenk maximal über dem Fußgelenk ist. Mit der nächsten Einatmung auch hier für die Arme einmal raumreifend lang nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung sitz dich vielleicht noch mal ein Stückchen tiefer. Entspann die Schultern. Einatmung streck dich nochmal lang nach oben. Und mit der Ausatmung zieh die Hände einmal hinter deinem Rücken zusammen. Greife mit den Fingern ineinander. Mit der nächsten Einatmung richtet den Oberkörper auf. Zieh die Fäuste nach hinten unten zurück. Und schenk dir Raum und Weite im Oberkörper. Blick gerne, wenn du kannst, mal nach oben hoch Richtung Decke. Öffne dein Herz, nimm die Schultern nach hinten zurück. Und dann löse mit der nächsten Einatmung ganz lange dann wieder auf. Fühl die Arme lang nach oben zurück. Ausatmung, Hände kommen. Wieder neben deinem rechten Fuß auf die Matte. Mit der nächsten Einatmung richtet den Oberkörper auf. Streck den rechten Arm einmal lang nach oben hoch Richtung Decke. Und schau dir, dass die linke Hand weiterhin schön aufgefächert, aufgestellt ist. Die Handwurzel, das Handgelenk sich unter dem Schultergelenk befindet. Und entweder bleibst du jetzt hier. Oder für noch ein bisschen mehr Aktivität. Setz gerne den linken Fuß um. Gib das linke Knie vom Boden ab. Schick weiter in den rechten Fuß. Aktiv in die Matte unter dir. Zieh das rechte Knie mehr an die Oberkörper heran. Und streck den rechten Arm lang nach oben raus. Und du öffnest deine linke Kniekehle bis ganz aktiv in den Beinen. Die bilden dein Fundament. Und du kannst hoffentlich immer noch atmen. Dir auch mal ein Lächeln schenken. Und dann ganz langsam wieder mit der Hand zurück auf die Matte finden. Die Hände aufgefächert aufstellen. Dann löse aus der Kraft der Mitte heraus dein rechtes Bein nochmal. Stell es nochmal lang nach oben rauf in den drei Blindengrund. Und ausatmen, wieder absetzen, den herabschauen. Sehr schön. Wir wechseln auch hier direkt einmal die Seite. Dafür pendel dich gut wieder ein. Und dann streck einmal mit der nächsten Einatmung dein linkes Bein lang nach oben raus. In den drei Blindengrund. Und mit der Ausatmung rollen nach vorne durch in die dreibeinige Schiefe Ebene. Schau hinten durch die Beine. Der Rücken ist rund. Einatmung streck dich wieder lang. Dreibeiniger Hund. Ausatmung schiefe Ebene noch mal nach vorne. Knie Richtung Gesicht. Einatmung streck dich lang. Dreibeiniger Hund. Sehr tief bis in den großen Zeh. Ausatmung linkes Knie zum linken Ellbogen oder Oberarm. Einatmung streck dich wieder lang. Ausatmung diagonal. Linkes Knie zum rechten Ellbogen oder Oberarm. Einatmung streck dich wieder lang. Jetzt ist es mal so. Ausatmung. Jetzt den linken Fuß nach vorne durch zwischen die Hände. Gerne auch mal nachhelfen, wenn es nicht so verklappen sollte. Und auch hier. Rechtes Knie. Rechten Fußrücken wieder erden. Linken Fußgaben nach vorne aufstellen. Schultern nach hinten und zurücknehmen. Länge in der Rücken will wir schaffen. Und dann ganz langsam den Oberkörper aufrichten. Arme raumgreifend über die Seiten nach oben führen. Ausatmung. Okay, nochmal lösen. Nicht tief setzen. Jetzt schau mal, ob du die Zähne noch von dem vorderen Fuß bewegen kannst. Die sollten hier nicht krallen. Wir sind ja keine Vögel. Einatmung streck dich nochmal lang nach oben. Ohr mit der Ausatmung für die Hände. Okay, wieder hinter den Rücken zusammen. Greif dir diesmal einen Finger weiter als zuvor. Zieh auch in die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule zusammen. Richte den Oberkörper ganz langsam auf. Und warte erst ganz langsam ein wenig. Mal nach hinten zurück sinken lassen. Vielleicht den Blick nach oben Richtung Decke ausrichten. Bleib hier unbedingt aktiv in deiner Körpermitte. Aktiviere deine Bauchmuskeln. Schütze deinen unteren Rücken. Löse die Anspannung im Kiefer. Und dann komm einatmend ganz langsam wieder zurück. Streck den Rücken wieder nach oben. Arme ebenfalls Richtung Decke. Ausatmung im Hände kommt zurück links und rechts neben den linken Fuß. Stell die rechte Hand aufgefängert auf unter deinem Schultergelenk. Und auch hier öffne dich einatmend zur linken Seite. Streck den linken Arm lang nach oben hoch Richtung Decke. Und wenn du auch hier mehr möchtest, dann stell auch hier gerne den rechten Fuß einmal um. Schieb das rechte Knie, die Kniekehle nach oben Richtung Decke. Streck den linken Arm lang nach oben. Und dann atme. Ganz, ganz wichtig immer wieder hier. Atme auch weiterhin. Und dann komm ganz langsam wieder mit der linken Hand zurück auf die Matte. Streck dein linkes Bein nochmal einatmend nach hinten zurück in den drei Beinen gut. Und mit der Ausatmung setz wieder ab in den herabschauenden Hut. Wir verbinden einmal durch ein Geniasa. Dafür rollen wir mit der nächsten Einatmung nach vorne durch in die schiefe Ebene. Ausatmung über die Knie oder ganzen Liegestütz. Oberknappe auf der Matte ablegen. Einatmung, komm einmal in die kleine Kobra. Der Nacken wird langen Fußrücken schieben in die Matte. Ausatmung, schieb dich mit Länge nach hinten zurück in den herabschauenden Hut. Einatmung, trete mit rechts nach vorne in den Anfangen der Matte zurück. Legt ein Fuß voll, direkt in die halbe Vorbeuge. Ausatmung, komplett in die ganze Vorbeuge. Einatmung, langsam wieder aufrichten, Länge kreieren. Ausatmung, Hände kommen zurück vor dein Herz. Atmung, tief einschleifend lang nach oben. Ausatmung, tauch wieder nach unten ab in die ganze Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge, der Rücken wird lang. Ausatmung, tritt oder springt vielleicht auch hier mal in die schiefe Ebene nach hinten. Ausatmung, Oberkörper über die Knie, auf den Boden ablegen. Einatmung, komm in die kleine Hochbeuge, der Nacken wird lang. Ausatmung, schieb dich mit Länge nach hinten zurück in den herabschauenden Hut. Einatmung, komm mit rechts nach vorne in den Anfangen der Matte zurück. Legt der Fuß voll, in die halbe Vorbeuge. Ausatmung, in die ganze Vorbeuge. Einatmung, Arme gehen über die Seiten lang nach oben. Ausatmung, Hände zurück vor dein Herz. Noch eine Runde so, der Sonne muss ab. Einatmung, schieb dich lang nach oben. Ausatmung, tauch nach unten ab in die ganze Vorbeuge. Einatmung, komm in die halbe Vorbeuge, der Rücken. Ausatmung, tritt oder springt. Auch hier, wenn du möchtest, nach hinten in die schiefe Ebene. Ausatmung, Oberkörper ablegen über die Knie oder ganz im Liegestütz, wenn du kannst. Einatmung, komm in die kleine Cobra. Ausatmung, schieb dich mit Länge wieder nach hinten zurück. Stürb die Zehen um, streck die Beine. Und einatmung, komm mit links nach vorne in den Anfangen der Matte zurück. Rechtser Fuß voll, in die halbe Vorbeuge. Ausatmung, in die ganze Vorbeuge. Einatmung, langsam wieder aufrichten, Länge kreieren. Ausatmung, Hände kommen, zurück vor dein Herz. Sehr schön. Von hier aus stell die Füße einmal ein Stückchen weiter auseinander, als hüftweit. Ungefähr so ein Meter bis ungefähr an die kurzen, matten Außenkanten von dir aus gesehen. Lass die Füße einmal links und rechts nach außen zeigen, ungefähr 45 Grad vielleicht. Und dann setz die Hände einmal links und rechts auf die Oberschenkel auf. Setz dich hier mal richtig tief rein. Schau, dass die Füße auch hier noch ganz frei beweglich sind, von den Zehen, dass du die lösen kannst von der Matte. Und dann steck dir mal unglaublich viel Länge in deinem Rücken. Schieb mal die Schultern im Wechsel Richtung Knie diagonal. Also mal die rechte Schulter zum linken Knie. Die linke Schulter einmal zum rechten Knie. Auch hier gerne mal die Augen schließen. Genieße mal diesen Twist, diese Drehung in deinem gesamten Oberkörper. Und dann pendel dich langsam wieder in deine Mitte ein. Schieb dich langsam wieder nach oben zurück. Fühl die Arme in den Raum greifen, nochmal über die Seiten, lang nach oben. Und mit der Ausatmung zurück vor dein Herz. Wir wollen uns wieder Richtung Boden bewegen. Dafür führ zunächst noch einmal die Arme lang durchstreckt nach oben hoch, Richtung Lecke. Und mit der Ausatmung setze ich einmal ein Stückchen weiter tief nach unten in die tiefe Hocke, in den Yogi-Squat. Ganz, ganz wichtig hier, schau, dass der Rücken lang bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Die Fersen müssen jetzt gar nicht auf den Boden kommen. Gerne kannst du auch hier auf den Ballen stehen oder dir einen kleinen Block oder eine kleine Erhöhung unter die Fersen packen. Viel wichtiger ist jetzt, dass der Rücken lang bleibt. Und dafür schieb einmal die Ellbogen-Spitzen in die Innenseiten deiner Knie, die Handflächen ganz sanft zueinander. Entspann deine Hüftmuskulatur, deine Hüftgelenke. Entspann den Kiefer. Schau nach vorne. Gerne auch hier einmal die Augen schließen, wenn du möchtest. Dann genieß einmal diese Verbindung zum Boden, unter dir, zur Erde. Genieß die Ruhe in dir. Schenk dir vielleicht auch hier nochmal ein kleines Lächeln. Zieh mal die Mundwinkel hoch zu den Ohren. Und dann löse hier jetzt einmal ganz langsam vorsichtig auf. Dafür stell die Hände einmal hinter dem Gesäß auf. Streck die Beine vorsichtig nach vorne. Anhand der Hüftöffnungen ist da Vorsicht immer geboten. Und dann schau einmal das Bein der beiden Sitzbeinhöcker in Kontakt zum Boden unter dir finden. Gerne locker die Beine noch einmal. Stell die Hände einmal links und rechts und lebe dir auf, ungefähr von einer Linie mit den Sitzbeinhöckern. Schieb dich nochmal lang nach oben raus, hoch Richtung Decke, um die Würgelsäule komplett zu strecken. Und dann löse die Hände, behalte die Oberkörperaufrichtung bei. Und dann ziehe hier einmal dein rechtes Bein zu dir ran, die rechte Ferse, nach es geht, an dein Gesäß. Und dann lass das rechte Bein, das Knie mal zur rechten Seite ausgleiten. Schau das weiterhin bei der Sitzbeinhöcker in Kontakt zum Boden unter dir beibehalten. Bleib aufrecht im Rücken. Und richte den Oberkörper lang und gerade nach vorne aus, in Richtung eines ausgestreckten linken Beins. Wir wollen einmal in die einweilige Vorbeuge lehnen. Dafür auch hier an einer tief einsteckenden Arme lang nach oben. Entspann dein rechtes Knie. Und mit der Ausatmung lehne dich immer mit ganz, ganz viel Länge nach vorne über dein ausgestrecktes Bein. Und schau mal, was du hier heute greifen kannst. Vielleicht ist es dein Knie, vielleicht auch der Unterschenkel, vielleicht auch der Knöchel. Vielleicht kannst du sogar deine Zehentreifen. Schau mal, was du hier bei dir bekommst. Lass den Kopf dabei ganz schwer nach unten baubeln. Entspanne deine Schultern. Lass die Atmung frei fließen. Schick besonders die Ausatmung mal in deine linke Beine-Rückseite. Es ist wirklich nicht wichtig, ob du jetzt hier an deinen Zehen ankommst. Das Wichtigste ist, dass du weiterhin frei und ganz entspannt atmen kannst. Und dann mit deiner nächsten Einatmung richte dich einmal ganz langsam vorsichtig nach oben auf. Wirbel für Wirbel. Komm mit deinem rechten Knie dann wieder zur Mitte zurück. Streck das rechte Bein lang nach vorne, nehmen dein linkes wieder aus. Und dann wechseln wir auch hier einmal direkt die Seiten. Da beziehe ich immer dein linkes Knie ganz, ganz nah an dich heran. Und lass es dann hier ganz sanft zur linken Seite ausgleiten. Versuch es zu entspannen. Auch das findet man immer schon gar nicht so einfach. Einfach mal ein Körperteil bewusst zu entspannen. Das rechte Bein ist lang nach vorne ausgestreckt. Und dann auch hier drinnen Oberkörper nach vorne. Rechte und rechte ausgestreckte Bein. Für die Arme lange, streck nach oben. Hoch Richtung Decke. Und mit der Ausatmung leg dich mit ganz, ganz viel Lenken nach vorne. Und über dein rechtes ausgestrecktes Bein. Schau, was du greifen kannst. Und auch hier lass den Rücken ganz rund, die Kopf schwer hängen. Entspann die Zähne. Lass alles ganz locker, die Hände, die Finger. Und dann bleibe ich hier für drei bis vier Atemzüge. Und dann richte dich ganz langsam, allwählich, gerne auch mit Unterstützung in den Händen, wieder Stück für Stück nach oben auf, in die aufrechte Position. Für dein linkes Knie vorsichtig wieder zur Mitte zurück. Streck jetzt noch einmal lang nach vorne, neben dein rechtes Bein aus. Und dann setze dir einmal die Füße komplett auf den Boden auf. Greife hier einmal mit den Fingern, mit den Händen in deine Kniekehlen. Und dann rolle einmal ganz langsam, Würbel für Würbel, in die Rückenlage auf deiner Matte ab. Schau, bis wo die Überschenkel mitmachen. Mach die Bauchmuskeln. Leg dich hier wirklich komplett ab, ganz entspannt. Und dann ziehe hier mal die Knie an den Oberkörper heran. Lass den Kopf schwer aufliegen. Lass ganz intuitiv mal den Rücken auf der Matte kreisen. Lass dabei die Bauchdeckel ganz, ganz weich. Schau mal, was dir hier jetzt gerade gut tut. Mal nach links, mal nach rechts kreisen lassen. Und dann pendel dich langsam wieder in der Mitte ein. Lass von hier aus einmal die Knie links und rechts nach außen gleiten. Greife mit dem Arm einmal durch die Beine hindurch. Und von hier aus einmal an den großen Zehen oder auch direkt an die Fußaußenkanten. Und dann sind wir in der Position des Happy Baby, des glücklichen Babys. Und dafür schiebe einmal die Fußsäulen nach oben, Richtung Decke. Die Knie streben Richtung Achselhüllen. Und wenn du hier merkst, dass du hier verspannt bist im Rücken, dass der Kopf vielleicht nicht wieder aufliegen kann, dann greife vielleicht einfach mit den Fingern einmal an den Zeh. Das verringert schon etwas den Abstand, den Hebel. Entspann vielleicht noch ein Stückchen weiter die beiden Rückseiten. Und dann genießt diese Haltung. Das glückliche Babys, du darfst hier also durchaus auch Spaß haben. Mal nach links und mal nach rechts pendeln. Die Füße zusammenführen, vielleicht auch mal ein Bein beugen und strecken. Auch mal umkippen zu einer Seite. Wie gesagt, auch hier richtig Spaß. Probiere dich aus. Gerne schließt auch mal die Augen. Und erlaubt hier, dich zu öffnen in den Lüften. Immer wieder dir die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann pendel dich auch hier ganz langsam wieder in der Mitte ein. Fühle die Knie wieder zurück in den Oberkörper und atme dich noch einmal. Atme hier nochmal ganz tief aus und entspann die Schultern, die Bauchdecke. Und dann strecke einmal dein rechtes Bein lang nach vorne raus. Leg es richtig auf den Boden, auf deiner Matte auf. Greife einmal mit deinen Händen an dein linkes Knie. Zieh das Knie nochmal richtig nah an deinen Oberkörper heran. Breite dann einmal den linken Arm auf dem Boden neben dir aus. Lass die Handfläche gerne nach oben Richtung Decke zeigen. Und dann führe mal dein linkes Knie auf den Boden, Richtung, ja, Richtung Boden nach rechts. Drehe den Kopf gerne, wenn du kannst, zur linken Seite auf für diese liegende Drehung. Und gerne schau, dass du vielleicht tendenziell eher den Oberkörper auf der Matte auflegen lässt. Lass das Knie, das kann gerne in der Luft hängen. Und noch viel, dass die Atmungen frei fließen. Ganz bewusst die Ausatmung. Entspann deine Bauchdecke. Entspann deine Kiefer. Und dann kommt der nächsten Einatmung ins Langsein wieder zur Mitte zurück. Zieh beide Knie an den Oberkörper heran. Und dann wechseln wir auch hier wieder an die Seiten. Dafür streck dein linksbein einmal lang nach vorne raus. Zieh das rechte Knie nochmal näher an den Oberkörper heran. Breite den rechten Arm auf Höhe deines Kopfwissen neben dir aus. Lass auch hier gerne die Handfläche nach oben Richtung Decke zeigen. Und dann leg dein rechtes Knie immer auf der linken Seite ab. Auch hier gerne versuch, dass dein Oberkörper den Kontakt zum Boden beibehält. Dreh, wenn du möchtest, den Oberkörper, meinen Kopf zur rechten Seite auf. Wenn der Nacken okay ist. Und dann genieße auch hier diese liegende Drehung. Genieße es, nichts weiter zu tun, außer nur zu atmen. Und dann komm mit deiner nächsten Einatmung langsam wärts zur Mitte zurück. Zieh auch hier nochmal beide Knie an den Oberkörper heran. Mach dich hier zum Abschluss jetzt nochmal ganz, ganz klein zu einem ganz, ganz kleinen Päckchen. Umarme dich mal. Schenk vielleicht den Knie mal ein kleines Küsschen. Greif mal an die Fußaußenkanten. Vielleicht so ein Kreuz. Mach dich mal ganz, ganz klein zu einem ganz, ganz kleinen Päckchen. Und dann löst mit der nächsten Ausatmung alles komplett auf. Schreck dich einmal auf deiner Matte aus. Mach dich in die Länge. Schreck die Arme mal lang über den Kopf. Schieb mal die Fersen im Wechsel nach vorne. Mal nach hinten. Genieße hier mal den Raum, den Raum, der entsteht. Genieße die Dehnung in deiner Bauchdecke. Und dann löst ganz langsam auf. Wir gehen direkt über in deine Schlussentspannung dafür. Deck dich gerne zu, wenn du eine Decke bei dir hast. Zieh dir vielleicht noch etwas an die Füße, Socken zum Beispiel, damit du jetzt nicht auskühlst. Breite die Arme links und rechts von dir aus. Lass den Achseln noch Platz zum Atmen. Der Kopf liegt schwer auf. Deine Augen darfst du spätestens jetzt gerne unterschließen. Lass die Füße links und rechts nach außen fallen. Lass die Fersen sich anschauen. Und dann genieße hier für die nächste Minute deine Schlussentspannung. Die Zeit für dich zum Nachspüren. Zum Ausruhnen. Genieße dein Shavasana. Und dann reineße 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 dein Shavasana. Vielen Dank. Und dann komm auch ganz langsam wieder vorsichtig zurück. Werde dir wieder deines eigenen Körpers bewusst. Lass die Atem langsam wieder etwas bewusster fließen. Bewege allmählich deine Finger, deine Füße, deine kleinen und großen Gelenke, Handgelenke, Fußgelenke. Auch mal dein Becken, schau mal das gleich mal nach links und mal nach rechts. Wenn du möchtest, streck dich auch hier gerne nochmal. Komm langsam wieder zurück in das Hier und Jetzt. Lass trotzdem weiterhin deine Augen unbedingt noch geschlossen. Und dann finde ganz langsam einmal über die Seite nach oben zurück in eine aufrechte Sitzposition. Setz dich nochmal gerade auf, gerne nochmal in die einfache Sitzhaltung, in den Schneidersitz oder in den Fersensitz. Je nachdem, was sich für dich bequem anfühlt. Und dann bring die Hände noch einmal vor deinem Herzen zusammen. Lass die Daumen dein Brustbein berühren. Die Handflächen liegen sanft aufeinander. Und dann lass uns diese Stunde einmal mit einem gemeinsamen Moment der Dankbarkeit beenden. Frag dich dafür gerne einmal, wofür du jetzt gerade in diesem Moment dankbar bist. Vielleicht einen Menschen. Vielleicht eine Erfahrung. Eine Erkenntnis, die du gesammelt hast. Wofür bist du jetzt gerade in diesem Moment dankbar? Und dann löse dich ganz langsam wieder von diesen Gedanken. Lass den Blick nach unten Richtung Herzen sinken. Und dann bedanke dich hier bei dir für deine eigene Yoga-Praxis. Für die Zeit, die du dir selber geschenkt hast. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dir jederzeit diesen Raum geben kannst, um bewusst zu atmen. Bewusst zu dir nach Hause zu finden. Ich bedanke mich bei dir für unsere gemeinsame Yoga-Praxis. Und freue mich, dich hier ganz bald wieder zu begrüßen. Namaste, deine Rika. Ich bedanke mich bei dir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020